so ein wunderschöner Willkommen zu Clicker Hero äh dem Eternals 11 Map 11 äh den zweiten Versuch irgendwer hat das gerade nicht ganz funktioniert so wie es sollte ähm macht aber nichts äh was zur Hölle geht noch sooo ich bin immer gespannt wie die Map wird sooo das heißt Doom Eternal ja in die Map durften wir schon reinschnuppern einfach aufgrund dessen dass ja die Szene auch im Ende der letzten Map zu sehen war ähm oh Gott so vieles offenes Gelände das gefällt mir schon mal gar nicht oh schon mal einer an Stealthy mich sieht keiner ähm wow mich sieht keiner und schon wird geschossen das gefällt mir schon mal nicht ja so viel zu tun mich sieht keiner dafür hört man sich okay okay oh lol welche falsche Waffe möchte ich immer wieder die gehen ah schon besser oh da oben keine okay okay wir haben hier eine blaue Tür ne eine normale Tür wir haben hier eine normale Tür wir haben hier wir haben hier etwas wo wir hoch können interessant okay können wir da rein ich höre hier Pinkies ich habe keinen Bock Pinkies zu hören oder Spektre kann das vielleicht auch Spektre sein gut wir gehen erstmal hier hoch das scheint mir der Witz zu sein wo man am Anfang hoch soll ne okay Na komm noch mal her jetzt. Hallo? So. Oh. Ja, da hat es eine ganze Menge schöner Sachen. Ein Ex für Wammerlix. Autoschrecken, da haben wir glaube ich schon. Ja, haben wir schon, okay. Schade. In Brutal Doom Extermination, den könnten wir endlich mal gebrauchen. Da finden sie nämlich noch. So, hier geht es erstmal, hier geht es erstmal nur wieder runter, ne? Ja. Okay, hier gehen wir erstmal wieder rein. Oh, bitte, was? Hier ist nicht mal, hier ist nicht mal was, wo sie... Nein, 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 ich will das nicht, warum die vier Monster, die in der Wand drin sind. Vor allem, man sieht die halt nicht mal. Warte, wir hatten ja sich erst hinzulapotiert. Ach doch. Alter, was für ein Arschwunf ist das denn schon wieder hier? Vor allem, vor allem, ne? Man sieht ja einfach gar nichts, das heißt also, es kann überall Monster Träu sein. Wir werden also häufig speichern dürfen. Nein, hier. Wow, soldanir. Oh, man. Was ist schon wieder hier? Aha, hier können wir also schön die Sachen einholen. Hier sieht man die Dinger noch von außen. Ja, das sieht man noch von außen. Okay. Holte ich davon jetzt schon was? Ne, bringt alles nichts. Gut, lass ich jetzt erstmal da alles liegen. Ich hoffe, wir wissen später noch, wie wir da hinkommen. Hier sieht man über Alka-Schul-Munitionen rum, kann das sein? Hier ist was Gliedernis, aber nicht auf unserer Seite, oder? Ne, jetzt ist es auf der anderen Seite. Also von der anderen Seite müssen wir nach dem Figot ausschalten. So, darum geht's. Hä? Achso. Was ist schon, da geht's irgendwo hin, aber es ist hier nur ein bisschen dunkler. Alter. Ja. Ich hoffe, dass wir eine Leiche als Schutzstück benutzen. Hier liegt so viel Munitionen rum, wie wir die Düsselationen nicht so vollkommen. Ich hoffe, dass wir nicht so vollkommen. Hier hier liegen. Das ist sicher. Hier liegen, da geht's schon locker den Figot? Ich habe mich an, wie wir noch bei uns hier zu verknemen. Das geht nicht. Hier kam auf die Gase. Das ist nicht so cool. Hier kam mal auf die Gase. Hier kam auf die Gase. Auf die Gase. Was ist das nicht so cool? okay wenn man der raum hier zu bedeuten hat oh vorsichtig sein die wand könnte wahrscheinlich komplett weggehen hier auch wieder alles hier so dann drücken wir dann auch mal aber noch klar oh gott keine gegner ich dachte schon jetzt kommen die gegner raus gut hier sind auch ein paar Oh, da sind Treppen. Ähm, Weg. Ist ja gut. Soweit umtreppen solltet ihr nicht. Ich sehe gerade, von der anderen Seite gibt es auch nochmal genau so Gletsch und Druck. Das heißt, die Wand geht auch auf. Ähm, die Frage ist, wie kommen wir da... Oh, ist ja auch aufgegangen. Okay. Mal speichern. Die Möpfe hier scheint auch wieder relativ fazfick zu sein. Ähm... Was wurde? Achso, da unten. Komm mal her. So, was ist hier? Hier sind Brüche in der Wand drinnen. Auf beiden Seiten. Oh, ja, ist das Secret. Waaah. Klar, Motha hinter sich die Secret. Hier ist ein Schalter. Oh. Hä? Hier komme ich wieder raus. Frage ist, will ich raus? Hä? Von wo denn? Hallo? Äh, ich glaube das nicht. Alter, ich glaube das nicht. Äh. Ja. Ja. Das wird nur Spaß. Spaß hier. Das ist doch gar nicht. Wie soll ich da... Ich kann mich nicht mehr anvisieren. Ich kann mich nicht mehr anvisieren. Ich will doch nicht mehr. War die Treppe hier schon auch schon da? Okay. Gehen wir mal herunter? Nee, hier kommen wir nie. Wow! Die Dingo noch verkehrt. Alter, ich hau dich gleich. Oh! Wer hat hier gerade geschossen? Ah, ein Frame aus der Cyberdemon-Explosions-Animation. Haben sie Eiskattie aufgehangen als großer? Ich glaub's ja nicht. Sooo. Komm ich hier hin? Alter, erschreckt mich doch nicht so. Hättest du mich nicht so erschreckt, hätte ich dich getötet. Ach, das war, ja genau, okay, das ist das, wo wir hier oben sind. Mit dem Secret. Gut. Wups, das habe ich jetzt aufgenommen, was ich eigentlich wollte. Äh, scheiße. Ah, hier ist auch so ein Ding. Oha. Na gut, wir machen ja erstmal, ich gucke, was hier oben ist. Hier ist kein Weg. War's denn unten auch? Nein. Ja. Aber da geht's was Blaues. Aber wir haben noch keinen blauen... Ne, wir haben noch einen roten Skull. Nicht von hinten angreifen. Mach mal nicht. Ach, von hier fahr ich schon wieder rein. Was? Hallo? Ja, ich bin jetzt. Ist auch so ein Ding. Aha, okay. So, jetzt ist auch wieder was geöffnet. Oder auch nicht. Oha! Kommt die denn jetzt da hinten her? Der Klettertenten war ich noch bereits. Hab ich noch aufgeräumt. Oha! Oha! Interessant. Oha! Hier auch die Seite. Boah, Alter! Weck mich da. Oha! Okay, wo viel Krippeln? Äh, hab ich nicht von außen gesehen? Ne, ne? Ne, hat er von außen nicht gesehen. Wow! Ah, ist aber auch eine versteckte Position. Fuck. So. Frag ist ja. Fuck. War doch klar. Äh. Ich geh raus. Ist mir dazu ein 2. Ich weiß nicht ob man auf die hinkommt. Für uns scheint die Tür zu sein. Ja. Hä, komm ich hier nicht raus oder was? Ne, die kommen ja nicht raus. Interessant. Da. Da. Du. Nein, da. Du. 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 Bist, du. 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 dann brauchen die mädel da ist es dann hier hallo so spannend Oh, gute Intuition. Das ist ja gerade zwar überall geschossen, das fällt mir aber nicht so. Geht's noch weiter rum, oder war's das jetzt schon? Ja, da geht's noch weiter rum. Alter, Leute. Wo ist der andere? Da hinten vorne, Alter. Mann, Alter. Mein Treffwässer, das habe ich auch schon wieder vergessen. Digga, wie soll ich denn da hinten treffen? Ist er weg? Oh, Alter. Sehr schön. Okay, jetzt habe ich in Ruhe. Was denn, wo denn? Hä? Irgendwas geht hier hoch und runter, aber ich weiß nicht was. Es klingt so wie, als wenn es hier drinnen wäre. Ach, der Ohr, oh wow. Und wo muss ich denn hier rauskommen? Na gut, lass ich erst mal. So, wo war denn jetzt her? Wo waren wir hier? Hier war noch das Secret, ne? Genau. Genau, das war das, wo wir hier... Genau. Boah, Alter. Ich habe gerade mal ein Drittel aller Gegner. Ich glaube, ich werde die Map auch wieder aufteilen. Die Map wird natürlich einfach ein bisschen zu groß. Ich habey da... Ich habe jetzt die hier. So, wo gehst du hin? Oh, du kannst dir vor. Ich habe das, was du da? Na, komm mal her, mein Lieber. Ach komm, ich geh runter. Oh, hier sind die Wallbäsche. Oh Gott. Was hab ich getan? Alles, was ich wollte, war Ruhe und Frieden. Komm ich hier rein? Hehehe. Ich werd nicht mich einkass verstecken. Äh, komm, ich komm doch nicht mehr raus. Was denn? Scheiße. Ich hab's doch nicht echt die Idee. Uuuuuh. Hab ich gespeichert? Ja, hab ich. Also hier rauszugehen ist keine gute Idee. Andererseits von hinten erledigen. Das kam doch immer alle her. Gut, ich muss zuallererst hier am Spektrum. Ja, 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 ähm. Die beiden da. Nein! Oh, Scheiße. Ach so, okay. War keine Verschwendung. Oh, da kommt sie schon wieder rein. Hä? Ach, die kommen auch schon wieder? Die kommen auch schon wieder nicht rein, oder? Ne, die kommen nicht rein. Oh, da kommt sie. Was ist der Kacko Demon? Oh ne, nicht ohne auf dem Revenant Nein, nein, nein Ihr wollt mich doch ruinieren Ok, ich brauche eine erhöhte Position Komme ich hinten für wo rum? Ähm... Oh Wow Ah, das ist doch gerade genau das, was ich gerade gesucht habe Für eine erhöhte Position Oh, da kann man rein Ähm... Ah, das ist noch ein Secret Also wie viele Secrets gibt es hier eigentlich in dieser Map? Wo denn jetzt überhaupt? Da Das Secret ist also eine Falle Ich bin mal, ich bin mal bei der hier Boah, Alter, will ich mich verarschen Boah, ein Digga Nicht schon wieder Alter Alter, will ich hier... Jetzt hier noch 20 fallen oder was? Alter Ja Aber das ist ja hier los Mit dieser Map Die Möchte mich ruinieren Ah, hier ist ja noch ein Kacko Oh, wo kommt der... Oh, wo kommt der jetzt schon wieder her? Zapp am Ende Oh, Mann ey Ich glaube, ich teile die Map tatsächlich echt wirklich einfach in zwei Teile Ich belette sie schon Obwohl So lange geht die Aufnahme noch gar nicht Ah Und es scheint, dass wir den größten Teil der Map schon erforscht hätten? Fragezeichen Aber es fehlt halt noch mehr als der Gegner Was ist das? Das kann doch die Map gar nicht mehr sein? Demutiert den Guttumgeist im Schluss wahrscheinlich Oh Aber übernimmt Ja, wie ich den erledige hier aus der Ferne? Ich habe keine Ahnung Uah Ach, er liest die, war ja was Da kann ich ja gleich mal reingehen Gucken, was ich von dir aus machen kann Äh... Ein paar Imps Und ein scheiß Minigana Ich glaube das nicht Wo kommt der denn? Karif war doch noch nicht da Jo, halt Was denn? Wie ist das denn? Da ist sie sogar rein teleportieren müssen So kommt er von dir oder was? Oh, der ist ja ... Und der ist ja, der ist ja permanent Oh Gott, wie soll ich denn den? Ich glaube, er sieht auch wieder nichts, ne? Ja ne... Anvisieren ist komplett schwachsinn Ich muss irgendwie näher an die Rand kommen, weil ich immer kein Weg bin. Heißt, er hat auf Deutsch gespickt. Keine Chance. Das krieg ich's noch nicht. Na gut, gehen wir mal hier weiter runter. Wo, hallo? Och ne, schon wieder Monster. Schon wieder Monster in dieser scheiß Wand. Digga, ich werd jetzt von zwei Seiten fertig gemacht. Warum müssen wir alles aus der Wand kommen? Ah, wo bin ich hier? Ganz am Anfang. Siehst du das noch keiner? Boah. Okay. Du kommst raus. Jetzt geh ich hier rein. Warte mal, ich bin hier vor dem Wolverinept geschützt. Danke. Alter, Unkalte. Darf ich hier schon wieder... Bäh. Darf ich hier schon wieder die gesamte Wand absuchen? Oh ja, jetzt schon wieder einer. Ich hab's doch grad gesehen! Digga! Wir verarschen! Ey, jetzt komm ich mal um die Anzeige oder was? Da! Ja! Diese Mepp, ne? Die... 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 Die macht mich gar gar... Ah so, hier sprechen wir jetzt dumm, dass das der Wolverinent. Och, ne, ist hier unten. Wie ich einfach nicht kriege? Mach Hallo, hallo, hallo! Hallo, hallo! Hallo, hallo! Oh, ne? also scheuert also doch direkt konfront konfrontation so bist du noch da? er ist noch da dass ich den einfach nicht treffe alter oh das ist so traumatisierend so jetzt ich hab den weg geöffnet wo fügt der hin genau das war da wo ich gerade raufkomme ah ok das macht sinn dezent aber ja so ich brauche irgendwie kann ich von da ich muss irgendwie hier rauf um an die gelbe karte zu kommen da hinten geht es noch gut weiter ach ja hier war ja noch was rotes ich hab doch den roten skull jetzt wirklich verarschen leck mich doch da hinten ging es noch weiter oder war das einfach nur die einbuchtung von dem ja hier war der shotgunner drin tschüss was habe ich getan aber es tut mir leid was war das? was war das? warte Kommt er rein? Er teleportiert sich rein. Ist nicht sein Scheißernst? Doch, hat er gerade teleportiert irgendwo. Hä? Oh Leute. Da hinten ist ein Teleporter. Da. Ne, da. Oh Kacke. Da wird er wieder rausfinden, wo der hinführt. Ihr wollt mich doch verarschen. Hä? Oh, ist ein Zeitschalter. Oh Gott, ich bin gefickt. Ich bin komplett gefickt. Ah, da drinnen sind sie. Wow. Warum können die durch... Ich sehe sie nicht mal. Ich treffe sie nicht mal. So, hier war die erste Kacke, die wir gefunden hatten. Die Frage ist, ob geht es hier weiter. Ach ja, da hinten ist es noch. Ist es was Blaues? Bäh. 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 Das Problem ist... Mal so zu lang ist, so kurz ist sie mir jetzt gar nicht mehr. Wo soll denn hier wirklich schön 500 Unfallkunde sein? Äh. Will das 50 Monster? Nein, nicht wieder rein teleportieren. Oh. 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 Mmh. Oh. Hallo, wie kann ich denn die nicht treffen? Boah, ich glaube, ich weiß nicht, weil noch 50 Monster drin sind, die werden immer überall reingestoren. Das ist die Kugel. Ah, ich habe da jetzt ein Kaffee gefunden. Oh, da haben wir unsere reinteleportierten Reinteleportierer. Sind da natürlich die Treppe geöffnet? Oh, sind auch mehrere welche reinteleportiert? So, gucken wir mal, ja, auf der Seite ist auch eine blaue Tür, da. Wow, und auch wieder, was ist das denn? Oh, hier hinten liegt eine Imp und sein Fuß trägt sich durch die Wand hier hinten rein. Oh man, das wird eine sehr lange Map. Ah, hier sind beide Treppen hochgegangen. Und wozu ist irgendwas? Ich weiß ja nicht, auf der anderen Seite ist auf jeden Fall was, da kommen wir auch hin. Ah, hier ist schon wieder scharf geschossen. So, wo ist der andere Schalter? Ah, bitte nicht. Achso, super. Die kann man sich leider nicht anschleichen, wie es aussieht. Ist auch zu einfach. Okay. Ja. Ähm. Ja. Damit... Okay, wir müssen bei der anderen Seite rüber und bei der anderen Seite müssen wir dann... Wo, wo, wo bin ich? Verdammt. Achja, jetzt komm, lauf doch mal. Unsichsames Gelände hier, ey. Hier ist noch eine Tür, wo runter ich komme. Komm, geh zu. Danke. Nein, die hier. Und dann gefallen. Die grüne da, ne? Was ist das? Kann doch auch wieder ein Siegut sein. Da oben ist auch eine Kante. Danke. Na gut. Wir wollten erst mal hier langlaufen, wo es hinten ist. War das selber schon drin, aber? Nee. Muss ich mal mal sagen. Die Frage ist, wie kommen wir da rein? Was? Also wir haben hier blau und den roten Skull. Ist da irgendwo was blau oder was rotes? Wir haben jetzt zumindest alle Sachen geöffnet. Also hier alle Schalter gedrückt. Du musst doch irgendwas getan haben. Ja, da oben gibt's was. Wie kommen wir da hin? Wofür sind diese Treppen hier dann? Oh, Fragen wir Fragen, Alter. Oh. Ach, komm jetzt hier. Aua. Danke, dass du dein eigenes Pasta schützt, hier. Danke. Schon wieder von da oben? Eher holt ihr alle? Paschloch. So, hier weiter von. Raketen will ich voll. Ja, ich weiß... Oh. Wow, danke. Das war natürlich... Womit auch immer ich jetzt die Dina runtergemacht habe, ich hab keine Ahnung, aber... Hat sich jetzt hier irgendwas getan, ne? Ah, doch, da hinten ist was Rotes ausgegangen. Ja, ich hab Angst. Ah, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh nein. Nein, ihr wollt uns doch wieder verarschen hier. Noch mehr. Oh ja, noch mehr. Whatever. Ach, ich hab wieder so ein ganzes Ding eingesammelt. Ach, lecker. Oh ja, ich hab wieder so ein ganzes Ding gestoppt gemacht. Diese Verschwender-Sucht hier immer. Das ist doch immer alle hier mit auf den Weg gehen müssen. Okay, da komme ich nicht rein. Wenn man da hinterfällt, ist da was blaues. Ach, hier sind Schalter. Oh. Aha! Das ist fucking awesome Super-Nice. Okay. Gab's doch noch was anderes hin vor? Das ist überhaupt nicht, ne? Ah, doch, ein Paraketen. Halt, ne, da oben. Muss ich hin. What? Wo kommst du denn jetzt schon wieder her, Mädel? Hab mal Respekt vor deiner... Ach, du Scheiße. Hier wird scharf geschossen. Ich glaub, ich renne lieber weg. Das hat keinen Zweck. Ach, du Kacke. Äh, nope. Oh mein Gott. Ist grad nicht alles im Krieg passiert, oder? Half-Pack. Gut. Mach mal so eine andere Seite rüber, die gibt's auch nochmal Half-Pack. Der Apfel nimmt so einen Dreck. Danke. Ich lass mal mich auch verfolgen. Ja, nice. So, das heißt, wir können jetzt... ...schon wieder welche Ex-Bruppe nehmen. Alles, was ich wollte, ist Ruhe in Frieden. So, ja. Was ist Ruhe in Frieden? Woaah! Woaah, ja, hier geht's auch. Woaah! Da ist auch schon wieder falsch in die Tricks rum aufgehangen. Ich hab ihn gehört, aber ich seh ihn nicht. Ich hab ihn nicht mehr. Oh, Alter! Ah! Aßloch! Ah! Nein! Warum die gehen immer an anderen Sachen auf? Oh! 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 Ha! Ich geh mal noch mal raus. Trotzdem hat sich irgendwas geändert zu haben. Aber die zu kriegen bin ich auch. Vielleicht aber auch nur noch nicht. Hä? Hilfe? Okay, ich bin gefangen. Gefangen in meinem eigenen Schloss. Hä? Ich muss irgendwo wieder rauskommen. Okay, jetzt wird das Ganze kompliziert zu werden. Moment mal, eine Dinge für Weiß. Der hier. Okay. Wie? Wenig mit Macht. always into auch nach der Stelle. Bitte gut, Don tresn. Wünste wird hier nicht mit Vorbere bajo. Wenn sich die vierten Prov Historien auf einem neuen JobRobot verwandelt. ok ich weiß nur noch nicht was er jetzt gebracht hat doch ich habe schalter geprüft und schalter müssen ja und etwas was mir nicht gefällt wo ein treffer darf nicht mehr effizient weil wir auf eine einzelne rakete ja ne wo doch nicht ja da ist eine trappe entstanden auch so geht ja der kann mich da schießen der Hä? Thanks! So. Oh. So, nur noch so wenig Leben? Scheiße. Hmm. Ja, ja, ja. Oh goed, dit heb ik hier omgespeiserd nog maar. Dank grafje. Hä? Geht doch. Oh goed man, Alter. Hä? Boah, Alter ey. Wo ist dieser scheiß Knopf? Ich dachte die gesamte scheiß Mauer, da ist der Knopf. Boah, das zieht mich auf. Potze, weg mit dir. Du, runter. Ab, speichern. Oh. Ey, das gibt's doch gar nicht. Okay, halt stopp. Okay, halt stopp. So, von wo bis wo. Aha. Ach, da h... Hm. Das... Das die Mauer, da gibt's also nur Zufall. Der hätte ich ja gleich direkt das Loch rübergeben können. Ja, lol. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Ich bin schon wieder hier. Ich bin schon wieder. Auf jeden Fall. Oh. Ja, das tut alles weh. Digga, von wo? Ah, ne. Halfpacks, Halfpacks. Nee, hier gibt's doch bräuchte Nutsküse. Aber hier hinten rum. War doch der Blutfluch. Ach, du Scheiße. Oh, Alter, da sind überall wieder welche. Ich war super. Ich hätte wunderbar ausweichen können. Schwarzflossen, fick dein Arsch. Oh. So. Und jetzt, ähm... Danke. Danke. Du, rauskomm. Zack, zack. Ach ja, die kommen wir hier nicht durch, oder? Nee, die kommen wir nicht durch. Hallo? Wie viel Schuss kostet denn das? Goddammit. Puh. Halleluja. Das wird ein Spaß. Na komm, Kacko-Dima, wo bist du denn? Was machst du denn da oben? Vollidiot. So. Boah, Alter. Ich krieg hier ne Krise. Ich guck hier rum und seh niemanden und tropfen welcher Anseite angegriffen. Oh, wo? Oh. 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 Du wirst es weg drinnen. Alter, da kriegst du aber auch hier echt, ne? Kriegst du hier schon? Kriegst du schon. Ich brauch mehr Hilfe, Peck. Danke, danke, danke. So, gucken wir mal, was hier reingeht. Okay. Gut, erstmal ging hier noch was ab. Wiegeht raus? Wie ist das? Wie ist es? Wie ist es? Wie ist es? Wie ist denn das? Wie ist das? Wie ist es? Ja, alle wir... W Athenaein! W 1500-305? Der belly, wie steht... Jedes Fick wird durch die zwei neue Fallen ausgeführt, gefühlt. Arschloch. So. Also ja, es wird ja sehr lange im Map. Die Aufnahme geht doch schon wieder, definitiv länger als eine Stunde. Ihr könnt's nicht mal doch aufteilen sollen. So, euch verglück ich mal hier mit Raketenwerfer. Oder ist ja nicht so. Da unten. Upsili. Okay. Die Frage ist aber, wo muss ich hier hin? Oder muss ich hier noch irgendwas aktivieren vorstellen? Oder wo muss ich jetzt kommen? Ähm. Na gut. Jetzt mal wieder hier rein. Schau mal jetzt. Bin ich hier noch falsch? Was muss ich jetzt machen, damit ich da rein oder da irgendwas machen kann? Wir haben doch schon alles gemacht. Also wir haben gelb, blau und rot. Also wir haben mittlerweile alles zusammen. Das heißt, ich muss gucken, wo noch Türen, die ich noch öffnen kann, aber noch nicht geöffnet habe. Und ich finde genau gar keine. Das ist aber schön. Ähm, ja. Das läuft ja schon Frühchen. Ja, sage mal, ey, was ist da hier? Da unten ist noch was, da ist noch ein roter Strich. Der ist aber umrandet von schwarzen Strichen. Also ich kann da nur so rein. Ich bin da nicht. Ich blieb das nicht. So. Waren wir irgendwo noch nicht. Da hinten waren wir überall, da waren wir überall. Nein, 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 nein. Nicht schon wieder rein teleportieren. Wer teleportiert ist hier? Und wo? Und wo? Und wo? Ja, hat er auch nichts gemacht. Also so, 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 so was, wo man wieder aufnehmen muss, damit man weiterkommt, ist es hier auch nicht. Aber was muss ich denn zum Teufel noch mal machen, bis ich weiterkomme? Alter! Einfach mal die Fresse halten. Sollt ihr denn überhaupt? Oh. So. Na gut, jetzt bin ich hier. Ich wollte sie noch gar nicht stellen. Die Frage ist nämlich, wie komme ich hier offiziell hin? Da ist doch alles schon wieder nicht gesund. Ach klar, das ist der Bereich, wo die Shotgun noch nicht gewartet haben. Ich hätte so. Aber auf jeden Fall einfach falsch. Wo kommt ich da hin? Da kommt doch nie im Leben hin. Ja, so schon mal gar nicht. Das war's. Keine Fokus. Was muss ich denn jetzt machen? Da hinten noch... Die Schalter habe ich leider gedrückt. Ähm... Jaa! Boah, alter, das wird eine super, 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 ultra lange Map hier wieder. Vielleicht sollte ich die Map einfach im Nachhinein noch aufteilen, ich hab keine Ahnung. Oh, die geht schon weit über eine Stunde. Äh, hehehe. Ach man, wow. Ernsthaft jetzt, Willian Liga? Euer Schönerweise? I eat your motherfucker. Fucker, fucker. Ja, ja, ich watch dich gleich mal. Aber kommen wir dann noch auf der anderen Seite? Wahrscheinlich. Oder auch nicht. Schaut doch an, Bede, du bist nur. Ah. Boah, Alter. Ja, da treffe ich doch ohne mich mal. So, da hinten muss ich rein. Die Frage ist, wie kommt man da rein? Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, da planer. Viva la revelation. Hallo. Ah, mein Liga ist halt auch. Ist das hier irgendwas, was ich machen muss? Ne, ne? Ich kann nicht auch den, sie mal. Die. Da ist das... ... ... ... ... ... ... Oh Mann ey! Okay, gehen wir mal ganz viel durch. Da oben, ganz um links ist ein Secret, da kommen wir nicht hin. Das Secret haben wir, das Secret haben wir, das da oben haben wir, das da haben wir nicht. Da können wir mal gucken, ob wir da rein kommen. Ach, leck mich doch. Ach, leck mich doch. Keine Chance. Oh, hab ich hier irgendwo irgendwas übersehen? Die untere, das untere Secret haben wir auch. Oben die Secret haben wir auch alle. Umhängig? Ach man, diese scheiße Stadion. Ja. Na komm her. Ich weiß nicht, irgendwie. Die wird jetzt halt einfach auch gedrückt. Hallo, hallo. Ich würde gerne hier, deine Mutter. Und zwar Anna. Danke. So. H-D-T. H-D-T. Also da hinten, dahinter kommt auch immer noch was. So, da ist nichts mehr. Hier ist auch nichts mehr. Da ist auch nichts weiter. Heißt also, im Kommandanten haben wir bereits alles. Aber irgendwie muss noch was sein, damit wir irgendwo anders hinkommen. Ich blick da nicht. Ja, keine Ahnung. Oh, diese Statuen hier. Kommen wir lang vor da oben hoch? Ja, da kommen wir hoch. Und zwar über unseren kommischen Weg da. So, hier haben wir alles, oder? Genau, hier kann man nicht weiter. Hier, wo die war, sonst kriegt's. Was? Klar, fallen wir einfach mal durch. So wie ich in Geschätz jeder Mathe-Arbeit. Spaß. Bei mir seid ihr die Deutsche-Arbeit. Mathe schaffe ich also mit 1, 2er Durchschnitt. Mathe schaffe ich also mit 1, 2er Durchschnitt. Noch was hochgegangen? Oh, das ist ja. So. Aber hier ist auch nichts. Oh, ihr kriegt gleich ein... Krieg ich gleich. Ähm. Sag mal, wo kommt ihr denn her? Okay, hier gibt's aber auch nichts Neues. Da oben muss ich hin. Da oben muss ich hin. Wie, wie, wie sehr ich denn da oben hinkomme? Are you fucking stupid? Genau so wie da. Soll ich da hinkommen. Springen! Komm mal richtig hin. Naja, aber offiziell kommt man ja nicht so einfach hin. Oh, vor allem bringt das alles nicht weiter. Hm? Ist hier irgendwo irgendwie schalterlich was hier? Hm. Ups. Oh, man kommt doch gar nicht mehr raus. Alter, das geht so gar nicht hin. Oh, okay. Ich hab's kapiert. Ach, leck mich doch. Oh. Ernsthaft jetzt? Ähm. Hier ist jetzt nicht gerade eine ganze Menge. Füllen die Raketen. Digga, was das denn für ein... Alter. Das ist mal ne geile Textur. Okay. Ach du Scheiße. Du willst mich doch ruinieren. ... 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 Boah, ihr seid doch alle bekloppt. Oh, ich hab aus Versehen die Questkugel aufgenommen. Oh, hab aber danach keinen Schaden mehr bekommen. Okay. Alter, was zur Hölle. So, muss ich aber jetzt mal hier wieder meine Dinger aufladen. Ne? Ah, leck mich doch. Fuck you. Die Frage ist, was mach ich jetzt? War das das Ziel? Oder ist es wieder eine Verwinderungsschalte? Nein. Ach, die hätte ich hier als Dinger benutzen können. Das war quasi als Hilfe gedacht. Gut, steht aber immer noch die Frage, wo ich jetzt hin muss. Was? Ich dachte, das ist jetzt auch nichts. Was muss ich denn jetzt hin? Und wieder Fragen über Fragen. Ich kann zwar... Ah! Scheiße. Egal. Ich bin zwar also mal wieder weitergekommen, aber nicht so viel, wie ich gehofft hatte. Ach ja, wir haben ja jetzt eine All-Map bekommen, ne? Dann gehen wir mal All-In. Ich werde dich mit sowas von hart in zwei Teile teilen. Oh, ich ficke deine Oma, deine Mutter, deine Verwandten, von denen, ihren Opa, ihren Opa. Das sind alles keine Wörter. Egal. Es ist sowas von egal. Du da rein. Danke. Jetzt ich da rein. Okay. Das ist also eine Falle. Danke dafür. Okay. Äh, die Frage ist, wie komme ich hier ... da hin? Geht doch gar nicht. Geht doch nicht. Geht doch nicht. Geht doch gar nicht. Geht doch gar nicht. Okay. Also hier ist schon mal nichts, wo ich weiterkomme. Ähm, da ist da unten irgendwie noch was. Also zum einen ist da hinten was. Keine Ahnung, wie ist da, was da ist, wie ich da hinkomme. Geht doch gar nicht. Ähm, hier ist noch was. Okay. Okay. Also wo man das jetzt gebracht hat? Geht doch gar nicht. Geht doch gar nicht. Nee, ne? Hm. Nope. Eher nicht so. Und wo sind noch vier ... und noch vier Monster. Okay. Mal gucken, was die Allback sagt. Ah, lol. Habe ich jetzt was? Das habe ich ... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Mal. Sowas ... Simples übersehe ich? Was kann denn das bitte passieren? Oh, Mensch. Mal. Das Ding ist weggegangen. Lol. Ach ja. Da war ja dieser rote Typ. Dieser rote Typ. Von die Typik GmbH. Hier geht es irgendwo weiter. Ach nee. Okay. Habe ich doch nichts übersehen. Es war ... Sequel. Also etwas, was man natürlich normalerweise nicht sehen kann. Und ... Exel. Gut, das heißt für mich ... Das war's. Oder? Entschuldigung. Alter ... Ey, wir sind komplett voll. Lol. Aber ich glaube, ich werde die Map hart in zwei Teile teilen. Aber wie viele denn jetzt noch? You have won. Your victory has enabled humanity to win. La 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 la. So, la 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 la. Und ich werde schon wieder angeschockt. Ich werde schon wieder angeschockt. Deine Mutter. Okay. Das war mal wieder eine sehr, sehr lange Map. Ich weiß nicht, wie lange sie war. Aber wenn sie jetzt über anderthalb Stunden gehen sollte, dann werde ich sie auf jeden Fall teilen. Sieben Gigabyte. Äh ... Das sieht hart danach aus. Ach nee, geht. Geht tatsächlich. Gut, dann lasse ich sie doch als Einstück. Okay. Na dann. Schauen wir mal. ShowmanV. Oh, umschleifst du wieder aktiv? Jetzt so. ShowmanV. So.